Kann ich da jetzt einfach rein fahren? Ich hab mein Ventilator an, weil es sehr heiß ist. Und wir haben schon wieder fast zwei. Na das sieht aus, alter. Alter Mann, Zigarre im Mund und ein iPod in den Ohren. Dein Ernst? Dein Ernst? Jetzt muss ich ein Veteriner gegen die machen? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt muss ich ein Veteriner gegen die machen? Zu Fuß? WTF? Als ob... Hä? Wieso bin ich jetzt hingefallen? Verarsche? Worüber bin ich gefallen? Hä? Ernsthaft verloren? Ich dachte das ist jetzt gescriptet gewesen. Wieso bin ich gestolpert? Das ist ja wohl mal die asozialste Quest, die ich je gesehen habe in einem Videospiel, alter. Ich meine, ich hätte die ja locker gewonnen. Halt, stopp. Nee, sorry aber die Quest. Jetzt ist natürlich mein Auto auch noch weg, super. Was willst du eigentlich von mir? Scheiß direkt da. Was damals für ein Bullshit IN esta Woche ... Was ist ein Fullshit, sag mal!